Abendspiel, das blutelig ist an und ein Wolken ist. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Und da ist der Pass. Und jetzt das erste Tor. 20 Minuten. Das war stellenweise Fußball. Ganz fein gespielt. Die Tür ist sperrangelweit offen. Sauber getimeter Pass. Er zieht durch. Jetzt ist er durch. Tonen ihn sich prompt zurück. Fekulis mit der Chance. Erstmal Entlastung. Erstmal. Klasse durchgesteckt. Er hat ihn einfach stehenloch. Er bringt ihn. Und sie ist. Gulli. Gomez. Der sieht gut aus. Er versucht. Da ist es passiert. Die Analyse zum Spiel. Anziek Hüpper. Sie haben den Sieg eingefahren. Das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Nie wird. Untertitelung. Vielen Dank.